Hallo und heute habe ich mir gedacht, spiele ich eine kleine Runde Juggernaut. Oh yeah. Oh yeah. Schau dir das mal an, mit was ich hier starte. Ähm. Was soll ich hier nehmen? Was soll ich hier nehmen? Ich habe Acid Rain. Ne, ich nehme die hier. Pass auf. Die Waffe muss ich je noch freischalten. So, 80 Schaden gleich mal zu Beginn. Das ist nicht schlecht. Dann habe ich noch den Permaroller, den muss ich auch noch freischalten. Ich spiele ja sonst nur Rebound. Jetzt habe ich hier einen Haufen Waffen, die ich im Rebound sonst nicht bekomme. Shockshell könnte ich noch nehmen. Oh yeah. Das hat wehgetan. Ich werde mich rächen bei dir. So sieht es aus. Oh. Da ist doch nicht mal zwei. Aber, oh, ich habe eine Kobra. Eine Kobra. Auf wen sollte ich die feuern? Ähm. Die Kobra sollte ich nicht auf den hier feuern. Pass auf. Ich feuere die. Ich feuere die. Ähm. Auf den da hinten. Auf Rob for Streak, glaube ich, heißt der. Äh. Würdest du mal bitte in die richtige Richtung gehen? Wow. Das ist jetzt nicht dein Ernst gewesen, Schlange. Das ist jetzt echt mal nicht dein Ernst gewesen. Okay. Ja, ja. Fahrt schön zusammen. Fahrt schön zusammen. Ähm. Fahrt schön zusammen. Da kann ich meinen Säuregen dahin platzieren. Wunderbar. So, und Spass ist unterwegs mit mal zwei. Mal gucken, ob der mich trifft. Tja, der trifft. Aber jetzt nicht so der Bringer. Das war jetzt nicht so der Bringer. Oh, da ist sogar noch eine Drohne. Okay. Oh, zu der komme ich dummerweise nicht hin. Ach, Mensch. Was nehme ich dann? SC-Train kann ich jetzt hier schlecht platzieren, weil... Ja, weil da halt ein Krater ist. Da nehme ich Pinger. Pinger dürfte ich beide treffen hier. Oder? Hallo? So. GG für den ersten. Ähm. Ja. Der könnte hier sogar einen Trickschuss machen durch das Portal. Mal gucken, ob man das macht. Glaub eher nicht. So. Ihr seid dran. 30 Sekunden haben sie Zeit. 16. Level 16 ist das hier. So. Er schießt nicht. Okay. Er schießt. Aber irgendwo hin. Alles klar. Ah, okay. Dann hole ich mir die Drohne. Dann hole ich mir die Drohne. So viel ist mal... Lol. Was ist mit meiner Drohne? Ich gehe zur Kiste. Oh, ich komme nicht zur Kiste. Na gut. Dann schieße ich meinen Permaroller. Pass auf. Das müsste in etwa hier sein. Ähm. Würde ich sagen jetzt. Oder? Ja. Ich probiere es mal. Nein. Kurz vor Schluss gibt er den Geist auf. Kurz vor Schluss gibt er den Geist auf mein Permaroller. Mensch. Dieser Treffer war so wichtig. Das gelingt mir nicht. Na gut. Ey, Granate. Bleib weg von mir. Okay. Der trefft. Dankeschön. Ich komme jetzt zur Kiste. Ich komme zur Kiste. So viel ist mal sicher. Gut. Also. Kiste gehört mir. Äh. Was bekomme ich? Armour Jetpack. Deadweight. Na toll. Ich habe immer noch meine Portal Gun. Und die setze ich jetzt dann auch ein. Würde ich sagen. Oder? Und zwar auf den da hinten. Äh. 185. Das müsste passen. Ist ja kein schwieriger Schuss. So. Das geht schon mal auf den Reaper. Perfekt. Wunderbar. Hoffentlich wird das ein Crit-Treffer. Yeah. Kritisch. Nicht schlecht. Da ist sogar noch eine Kiste. Coole Sache. Ja. Der Reaper positioniert sich schon mal. Richtig. Er will mit 186 schießen. Aber dann verfehlt er die Kiste. Ja. Mal schauen, ob er das macht. Ich bin auch gespannt, was Rob macht. Er hat einen Backroller. Okay. Der Backroller trifft schon mal. Aber die lila Kügelchen dürften mich verschonen. Jupp. Okay. Pass auf. Ähm. Was habe ich sonst noch? Ich habe Shockshell. Ich habe Deadweight. Ja. Deadweight kann ich hier schlecht nehmen. Junker könnte ich hier nehmen. Nö. Ich nehme. Ich nehme. Ich nehme das hier. So. So. Das sitzt gut. Und die Drohne wird auch aktiviert. Tada. As it rain. As it rain. Lass heute regnen. Yay. Wie viel ziehe ich ihm damit ab? 63. 69. Cool. Aber die leben immer noch. Die leben immer noch. Mal gucken, was der hier trifft. Der fährt direkt zu mir. Ja. Mal schauen. Bin ich echt... Oh. Der verwendet seinen Jetpack. Ist das dein Ernst? Ist der da jetzt nicht weggekommen oder was? Na gut. Sei es drum. Oh. Das war kein guter Zug von dir, mein Lieber. Absolut nicht. Der hat sich selbst getroffen. Okay. Die Frage ist, wen nehme ich jetzt zuerst raus? Ich habe Triple Bones Bloat, ja? Dead Weight. Dead Weight könnte ich bei ihm nehmen. Ja, aber da muss ich ein Stück vorfahren. Ich fahre am besten dahin. So. Zack. Bumm. Und weg ist er. Soviel dazu. Und jetzt bleibt nur noch einer übrig. Für den... Für den nehme ich Shock Shell. Ich meine, der kann mir eh nicht mehr gefährlich werden. Aber... Oh. Da ist noch eine Drohne. Warte mal. Wie viel hat denn der noch? Wie viel hat denn der noch? Der hat 91. Äh. Ja, die Drohne wird mir nicht viel bringen. Ich nehme Shock Shell. So. Shock Shell... Muss ich freischalten. 30. Nochmal. Je. Aua. So, seine Waffen habe ich. Und nochmal Shock Shell. Nochmal 35. Yeah. Wow. Coole Sache. Was habe ich denn hier noch zum Freischalten? Was verschießt denn der da die ganze Zeit? Okay. Also ich habe... Doch Fleet habe ich zum Freischalten. Fleet habe ich. Äh. Dürfte das für ihn reichen? Ich weiß es nicht. Ähm. Ähm. So. Das müsste passen. Jawohl. 21. 21. GG. Nette Runde. Okay. Mal gucken. Habe ich eine neue Waffe freigeschaltet? Ich glaube nicht. Also so viel XP habe ich nun auch nicht gemacht mit den Waffen. Nö. Da wird es nicht gereicht. Okay. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ende und aus. Bis zum nächsten Mal.